gut dass wo der weg ist und ich ein spiegelfragment welches schon mal habe kann ich hier durch das schon kann die dinger kaputt machen okay hier wäre das knoten endlich der knoten der lichtschalter hier oben sind übrigens noch mal so ein eisspucker und zwei hebel da wäre der knopf dafür aber den komme ich leider noch nicht ran okay das könnte im wahr werden wenn ich die beiden hier ist übrigens zu so ein glücksspiel ding wahrscheinlich welche wahl alle knöpfe aktiviert habe an allen vier stellen geht das auch okay und da wäre der zweite knoten heilbanner ist auch nicht so gut lieber mal mich selber heilen zeige ich mich mit 6 für wie viel a 6 für 8 gut das ist schon ein bisschen besser okay ja da komme ich nicht durch da wäre der teleporter raus wieder so ein mana schuss ding aber wenn ich kein mana habe was du mir abziehen kannst bringt das auch nichts ich brenne ah standarte mann entzugsstandarte wow okay ich könnte also ich müsste hier einen spiegel aufstellen und ich merke gerade ich gehe total durcheinander vor da weil ich gab komplett die übersicht also würde ich sagen ich gehe erstmal zurück so hierhin darum komme ich nicht rein das habe ich ja bereits gesagt da kann ich daher durch brennen gucken wir erstmal hier lang ja hier ist wieder ein schießungs kommando wahrscheinlich mit nein nur mit ähm skelett rettern dahinter so hier durch die wauern durch ich war ja eigentlich schon darauf gefasst dass hier wieder das schießungs ding ist aber hier ist einfach mal so gar nichts so heilen so heilen ja 60 für 60 leben durch 80 mana statt 50 leben durch 100 mana ist wirklich schon mal ein bisschen besser und ich könnte es ja noch mal abgeraden glaube ich die heile fiktivität also ja ich setze mal schon mal den spiegel hier oben rein dass der nachher hier unten brennen kann vielleicht habe ich mich auch jetzt vertan mit dem spiegel mal sehen aber ich denke nicht dass die so unfair sind und hier dinge und das war einfach nicht mehr gewinnen kann naja gut sie haben auch neben eingebaut dass wenn man stirbt irgendwann das spiel vorbei ist lassen wir die mal her kommen erst mal oder mich zermatsch kann das ist ja auch sowas von kein save point ist schon ein bisschen übel du weg ich müsste hier einen spiegel aufstellen und ich müsste da drüben den spiegel aufstellen naja aber jetzt komme ich hier oben an den spiegel ran nachdem hier der stein alles zermatschgat hat im weg also was ist eigentlich ein guter indikator wenn dann ups das war jetzt nicht geplant aber egal und ich erst mal hier oben den runen schlüssel ja gut das war nicht so gut so der eismeister weg gut jetzt hätten wir noch einen spiegel wobei ich erstmal überlegen müsste ob ich den reinpacke ob ich den das da reinpacke wobei nö oh ja ein brennendes ding und leider sind hier zu viele gegner zu wenig gegner für eine nova naja es hat gerade so gereicht für eine nova heilen 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 wow wow locken wir erstmal die hier weg wow so komm und stopp wow ne wendor coin ein bisschen mana zum hochheilen und hier könnte ich runter genau hier sind ja nur die zwei oder drei gewesen jede menge schatz naja gut schatz hält sich in grenzen hä achso der sah nur gedrückt aus aber ich habe ihn jetzt erst gedrückt ok gut dann kann ich hier und hier macht er jetzt kaputt ja kann ich hier einfach mal durchlatschen gut 1 solak note haben wir aktiviert ne kumpel danke für die vendor coin jo jetzt haben wir den solak note können wir hier spiegel holen für den nächsten solak note hm würde sagen ich stelle hier schon mal auf dash hier kurz durch das macht mal kurz aua da muss ich eh nur noch da hinten aktivieren und dann was ist eigentlich größtenteils also ja lassen wir erstmal da durchbrennen das kann jetzt eine weile dauern so au 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 ok einer ist weg so der ist weg hm das ist halt echt die frage wie muss ich die anordnen das ist nämlich ein kleines schalter rätsel so wie das aussieht und glaube ich die vier dinger hier aufzukriegen und nein ich habe irgendwie keine das ist ständig außen rum zu gehen ne ok so vielleicht auch nicht so nicht so auch nicht so auch nicht ok ja toll ich sehe das gold aber wie komme ich ran tollen mana trank wow bombe schön dass ich da die sequence completed habe wie komme ich jetzt an das zeug daran auch weil die beiden kann ich auch nicht umlegen und hier komme ich nicht ran und hier ist ja auch nirgendwo mehr was wenn er mich jetzt weil die mich jetzt veralbern wie komme ich an das zeug hier ran hier ist auch nirgendwo mehr ein schalter ok ne hier oben war auch nichts mehr so jetzt ich port mich raus ich könnte charad kill ops das wollte ich nicht ich wollte eigentlich bei ihm Dings kaufen aber gut jetzt habe ich halt die potion getrunken mhm hier healing efficiency ja 7 7 50 50 das wäre nicht schlecht 240 grad schild a klingt aber noch besser und bessere armor gut ja werfen wir mal einen blick in die pyramide würde ich sagen das ist einfach nur bonus level